Spieltag Nummer 4 in dieser zweiten Fußball-Bundesliga, das Ganze an diesem 22. August, die Sonntagsspiele. Ingolstadt gegen Nürnberg, Ende torlos, der Hamburger SV unentschieden 2 zu 2 gegen Darmstadt. Und hier gewinnt der SV Sandhausen beim FC Erzgebirge Auer. Beide Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium, Stefan Kulowicz vom SVS und unser Chefcoach Alexej Spielewski. Wie es sich gehört, beginnt der Gast mit dem Blick aufs Spiel. Bitte Stefan. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt mit etlichen Torschancen. Wir haben uns aber leider nicht belohnen können für den Aufwand, den wir betrieben haben. Und kommen aus der Halbzeit. Ich denke, die ersten 10-15 Minuten waren da auch noch sehr okay. Gehen 1 zu 0 in Führung. Und ja, auf einmal war, glaube ich, die Angst vorm Gewinnen da. Man ist nicht mehr so aggressiv angelaufen. Dagegen hat es natürlich dann auch besser gelöst mit Nasarov und Zolinski nach den Einwechslungen. Und das hat uns Riesenprobleme bereitet. Haben dann auch um den Ausgleich noch nicht unbedingt gebettelt. Der ist aber dann gefallen. Und danach haben wir alles verloren, was für ein Fußballspiel eigentlich wichtig ist. Sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Haben unundige Ballverluste gehabt. Und müssen echt Danke sagen, dass das 2-1 vom Gegner abbekannt wurde. Und ich denke, das war dann auch mal so ein Wachrütteln für uns. Dass wir knapp davor sind, das Spiel wieder aus der Hand zu geben. Und konnten dann am Schluss zum Glück noch mit zwei Angriffen das Spiel für uns entscheiden. Und müssen uns auch bei Patrick Drewes bedanken, der bei 1-1 eine Riesenchance vom Gegner, ich glaube von G, den Ball hält. Und die Riesenchance von Nasarov natürlich, wo wir auch 2-1 in Rückstand geraten können. Aber das haben wir zum Glück überstanden. Und konnten heute unseren ersten Auswärtssieg seit 2000 ungefähr einfahren. Seit längerer Zeit also. Querpass rüber zu unserem Chefcoach, zu Alexej Spielewski. Dein Blick aufs Spiel bitte. Ja, Glück auf. Glückwunsch an Sandhausen. Ja, wir sind sehr enttäuscht, weil wir uns wirklich sehr, sehr viel intern vorgenommen haben. Haben gewarnt, dass Sandhausen eine richtig, richtig gute Mannschaft ist. Und zu Unrecht da unten drin stande und auch die Punkteausbeute sehr ungerecht war. Das haben sie auch in der ersten Halbzeit gezeigt. Sehr, sehr stark gespielt. Auch die Qualität, die sie im Ballbesitz dann hatten, auch dann Drucksituationen aufgelöst. Wobei von Druck konnte man leider in der ersten Halbzeit unsererseits nicht reden. Unser Anlauf war wirklich ganz, ganz schwach. Wir sind nicht synchron angelaufen. Wir kamen immer einen Schritt zu spät und haben jedes Mal auch dann viele Verlagerungen zugelassen. Der Gegner konnte auch dann teilweise Flügel überladen. Wir haben dann zu viele Tiefenläufe einfach gegen uns bekommen, weil wir vorne einfach zu wenig Druck ausgeübt haben. Mit Ball war das einfach auch dann das, was wir uns vorgenommen hatten, proaktiv zu sein und uns immer wieder aktiv anzubieten. Selbst wenn wir den tiefen Ball dann gespielt haben auf Baba, waren unsere Zehner viel zu breit. Wir haben nie Zugriff gehabt auf den zweiten Ball. Immer zu spät gekommen, haben dann immer gleich einen Gegenangriff bekommen. Da war ich dann schon ein bisschen laut in der Halbzeit. Da haben wir dann auch den Systemwechsel vorgenommen, auch dann personell gewechselt. Ich glaube, das hat dann auch besser funktioniert in der zweiten Halbzeit. Wir haben dann weniger Aktionen gegen uns zugelassen, haben auch dann besseren Zugriff aufs Spiel gehabt. Ja, der Ball war für mich ganz klar im Aus. Selbst mit Videoschiedsrichter habe ich es nicht verstanden, dass es dann trotzdem gezählt hat. Für mich war der im Aus, also Linienrichter steht genau an der Linie. Aber gut, sei es drum. Mit dem 1-1 waren wir richtig gut im Spiel, haben sehr, sehr guten Druck ausgeübt, haben dann wirklich eine Chance nach der anderen gehabt und auch Hochkarätige, die wir leider einfach dann liegen lassen haben. Ja, und dann verfallen wir dann wieder in diese Passivität der ersten Halbzeit bei den Gegentoren. Bei dem Standard dann auf außen, wo wir den Rückraum einfach dann nicht schließen. Ja, und dann macht Sandhausen gut und hat es dann aufgrund der ersten Halbzeit auch dann verdient gewonnen. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit, wenn wir das 2-1 machen, dann kann es auch zu unserem Gunsten ausgehen. Aber es ist jetzt vorbei, wir können es nicht mehr ändern. Was wir ändern können, ist einfach, wir müssen den Jungs ganz klar vor Augen halten, dass in dieser Liga einfach jeder Fußball spielen kann. Und diese Grundtugenden, die wir einfach dann abliefern müssen, einfach immer da sein, immer 100 Prozent und immer am Limit. Und ob der Gegner Schalke 04 heißt oder es war Sandhausen, bei allem Respekt, ja, du darfst niemanden unterschätzen. Das hat einfach Sandhausen heute sensationell gemacht in der ersten Halbzeit. Und darüber ärgere ich mich total, über die erste Halbzeit. Und da geht es wirklich viel aufzuarbeiten. Und dann geht es nächste Woche dann im ganz, ganz schweren Auswärtsspiel in Kiel weiter. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank unserem Cheftrainer Alexej Spielewski. Und damit ist bei dieser Präsenz-Pressekonferenz die Zeit für Fragen. Wenn es die gibt, bitte ganz kurzes Handzeichen. Dann können wir das Mikrofon entsprechend freischalten. Wir müssen nichts freischalten, weil es keine Fragen gibt. Dann bedanken wir uns fürs Kommen. Wir bedanken uns bei den zwei Cheftrainern, wünschen den Sandhäusern eine gute Heimreise bei den Mannschaften für das kommende Wochenende. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg den Sandhäusern Freitagabend gegen Ingolstadt im Heimspiel und natürlich unseren Feierchen am Samstag bei Holstein Kiel. Das war's für heute im Erzgebirgsstadion. Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Glück auf.